Ja, ähm, Eisen brauchen wir fix nicht mehr, ne? Ich mach Schaub 1, gell, Philipp? Ja, wär schön. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Easy Warum 4. Hallo! Wir machen direkt weiter, ich werde die Höhle durchschauen. Du kommst schon wieder nicht auf, ey. Das ist jedes Mal so. Und ich werde jetzt dann noch, ähm, hier gleich direkt dann... Ey, kannst du mir jetzt Zuckerrohr geben und hast du Leder? Ja, ich möchte sie haben. Kannst du mir das alles geben, weil dann mach ich gleich. Ja, weil ich mal eingeloggt bin. Ja, nach deiner Schlusszeit kommt du erst ein. Das kannst du das sehen. Ja, das ist so richtig programmiert. Von UFC-RUN bin ich gewohnt, dass ich das Instant-Abbau des Obsidian, also zumindest viel schneller. Und da geht's halt einfach... Jetzt geht's erst. Erst wenn mein Schutz halt aus ist, glaube ich, wie du gesagt hast. Haha, perfektes Plug-in. Hm? Ja, ich muss das machen. Ich muss das zurücknehmen, also dir. Okay. Ja, soll ich es abholen oder machen wir das erst später? Wir können ja halt noch Sharp-1 machen zurzeit schon. Ja, ich mache das, wenn ich nicht verbiete. Ja, aber dann bin ich durch die ganze Höhle. Ist ja egal, oder? Oh, da ist was. So, ich schaue jetzt mal bei der Höhle weiter. Fahne ich mal so aus. Ich brauche Latis noch. Ja, gibt gute XP, gell? XP gibt es gut. Okay. Zombie? Ich bin jetzt hier an der Dummy. So, lo, lo. Eisenbaum-Akantinus-Cript. Ja. Aber das ist ja nicht. Hier. So, dann baue ich den Dummy dazu, oder? Damit man jetzt... ...dreihundertmal den Geist mehr aufgibt. Mhm. Ziemlich coole Idee, eigentlich. Oh, das klingt nur alles. Oh, ist labern. Oh. Oh. Schlafen wir mal. Und nochmal labern. Nice. Das passt schon so. Aber du bist jetzt echt kein Diamantenglick in Höhlen. Ich hab gefühlt in Höhlen fast noch nie Diamanten gefunden. In Lückenfall bis jetzt immer mehr Diamanten in Höhlen gefunden. Ja, in URC waren, ja. Ja. Hier auch doch vor allem. Ja, tut schon. Der ist der Kerl. Oh, das ist so cool. Ja, in URC waren sollte man nicht stream meinen. Aber das werden wir bestimmt noch einmal streamen. Beziehungsweise streamen wir die ganze Zeit als Test-Stream. Aber... Das wollen wir auch nicht in Anführungszeichen, dass dort... Ähm, so viele Leute zwischendurch mal kurz. So. Jetzt kommen wir zum nächsten. Wie geht es jetzt über die? Ja doch, geht schon. Ja doch, geht schon. Ja doch, geht schon. Okay, man kann halt immer schon ein bisschen schauen, ne? Ob nicht... Ähm... Ich glaube, ich bin schon alles abgegangen. Es ist da oben nur fünfmal im Kreis gekommen. Irgendwie voll verwirrend gerade. Wieviel gibt man euch noch Flasch? Wie viel gibt man euch noch Flasch? Drei oder vier. Drei oder vier, gell? Wahrscheinlich. Ähm... Ich muss jetzt immer die fucking hinten abbauen und wieder vorne mitbauen. Weil ich jetzt schon wieder kurz hab, die fucking bauen. Ja. Ja, ich baue den eh schon wieder fraken. Ja, ich baue den eh schon wieder fraken. Ja. Ja. Ich hab ja auch. Die steht dabei, gell? Wieso? Ich hab kurz wie der Kordi es geschaut, ob wir schon richtig sind. Aber ich bin richtig, ja? So. Ich würde mal behaupten, ich geh mal wieder mit dem Ofen drauf und bitte spüren. Mach dir. Ja. So. Ich würde mal behaupten, ich geh mal wieder mit dem Ofen drauf und bitte spüren. Wow in letzter Zeit. Ja. Wenn wir keine Diers finden. So. Was haben wir denn ein? God Ohr. Zack. Iron Ohr. Zack. Ja. Wir können die ja verzaubern und fighten. Aber es ist keiner online zum fighten. Also. Ja. Und in der Gruppe sucht auch Spieler die ganze Zeit schon fight und keiner mehr mit dem fighten. Also werden wir ja auch keinen fight anfinden. Unwahrscheinlich. Also brauchen wir das jetzt nicht direkt anstreben, glaube ich. Ja. Bist du schon in der Höhe gelandet? Ja. Ah ok. Dann bist du schon in der Höhe. Hm? Ist gut. Ja. Kann ich eigentlich schon die Alters gehen. Aber du bist ja schon wieder so weit voraus. Ja. Ich fange einfach zurück meinen bis zu dir an. Hätte ich gesagt. Ja passt. Dann werden wir ja schon zusammen treffen. Da es da bist. Da bauen wir jetzt mit. Hm. Ja. Gleich soll ich dich. Von vielen Diamanten. Möbel. Guck. Möbel. Guck. Möbel. Keiner soll machen. Wäre nicht einmal so schwer. Nein. Das wäre auch schon wieder einmal genial. Total. Bin schon. Ich bin schon. Wie die Öse da? Bin schon bei den Öfen. Ja, wissen wir fast nicht mehr. Ja, wenn wir beide jetzt zusammen treffen, dann geht das nicht hin. Oho. Oh. Aber ich seh immer nicht, ob da was jetzt ist oder nicht, wenn es so dunkel ist. Die vier Leder. Ach ey. Aua. Ey, ich seh immer nicht, ob da was jetzt ist oder nicht, wenn es so dunkel ist. Ein Emerald. So, die öfen ja, drehen uns fleißig. Am Maximum hergehen wir alles? Was denn? Alles. Alles. Ja, ähm. Was soll? Ähm. Kautippe. Ja. Ja. Fast gerne. Aber die haben wir wieder weg. Ähm. Ich glaube, die ist gar nicht weg. Haben wir ja so ein Steak brauchen. Ja. Ja. Steinschwer. Ja. Schau mal, wie viel Essen es gibt. Oh, es gibt's. Am 3. Äh, äh, 0. Zwei Bücher haben wir jetzt schon. Hardcore. Kann ich eins verzauern? Ja. Oh, oh, oh. Das ist schon nice. Ah, Buch, Buch, Buch. Nice. Enchanted. Ich verzauere mal mein Schwert. Sharp 1. Nice. Nice. Und bei dir mein Brust verzauber ich auch. Du gehst wirklich normalerweise in der A-Level. Nice. Blast Protection. Warte. Blast Protection. So will ich halt wirklich. Oh, sieh nicht. Einmal die Hacke kann ich verzauern. Ein bisschen sie, ja. Okay. Ja, geht in eins. Oh, das passt ja. Ja, ja. Protection, nice. Protection, nice. Okay, das reicht. Nice. Was braucht ihr denn da? Fleisch. Auch immer Fleisch haben wir. Ja. Immer so, die machen viel. Hast du Schnüre? Ähm. Ja. Okay. Hast du Eisen? Eisen? Ja. Ja. In jedem Fall, ja. Ich hätte ich da. Schwul. Ich bin auf 2 A-Sharpniss 1. Pop 1. Und... Ich bin auf 5. Ich bin auf 3 A-Sharpnis 1. Oh, ich bin auf 5 A-Sharpnis. Ich mach Schaub 1, gell, Philipp? Ja, ja. Hast du ein Buch? Ja, ist gerade so gegangen. Ja, ich weiß. Aber ich habe Schaub 2 für jetzt. Sehr cool. Nice. Ja, jetzt geht wieder runter bei uns. Ja, nimm wieder alles mit. Hast du mit? Hast du wenigstens Gegner? Ja, ich hab keine. Ist okay. Okay. Ich baue dir wieder auf die Öfen. Ich baue dir mal random so in die Richtung. Da waren die Öfen. Oh, die Brenzen. Für die haben wir jetzt noch Hip-Gorken. Die habe ich Hip-Gorken. Oh ja, alles klar. Was? Ja, so schnell. Und doch kann die jetzt schon hinterher werden. Ja, ja, in der Runde schon. Hast du was die jetzt tun? Ja, ich denke schon. Okay. Ja. Gut, schon wieder. Das ist gut. Ja, gut. Eine Apple können wir echt gut machen. Ich glaube, das sollte man einen Vorteil daraus nutzen. Weil jetzt haben die meisten immer so wenig Good Apple, auch wenn es in Folge irgendwas ist. Ja. Wir sind eigentlich erst Folge 4 und haben eigentlich schon relativ viel dafür. Vor allem halt echt effektiv. Das stimmt meinen, glaube ich. Würde ich auch mal behaupten. Aber wir haben jetzt sofort Glück bei Diamanten finden. Ja, man könnte natürlich mehr Glück haben. Vor allem es gibt da Diamantenquellen, die du 19 kriegst von Anna. Ja. Aber wir kriegen immer noch 5. Oder 4. Oder 4. Also nicht viel. Ja, ähm. Für die Dauer. Kannst du nicht? Okay. Das ist relativ gut, das würde ich meinen. Schau. Ja, ich habe auch gerade random immer dumm. Ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich Musik vom Leben. Ja, die Zombiehöhle kann das sein. Ja, da bin ich da. Aber ich schaue mal die Öfen. Den Minus nicht. Ja, den Minus nicht. 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 Und ich schaue da drüber die Zombiehöhle. Da irgendwo. Leichter Weiterberg auch. Ja, da in der Richtung. Wenn der Höhle ist, kann das eigentlich mitkommen. Da ist eine Höhle, bitte. Ja, so gut. Oh, der ist gut. Was ist denn? Okay. Ich schaue mal nach rechts, gell? Ähm. Wo, wenn ich bei den Öfen bin, rechts, gell? Ähm. Ne, ne. Ja, links eigentlich halt. Links? Achso, das ist die Höhle. Das ist halt die Höhle. Da waren wir schon. Ähm. Echt? Ja, lass die Höhle gut sein. Es ist die gleiche. Hm. Ja, hätte man denken können. Aber ich habe gedacht, vielleicht mal rein. Ja, wir haben noch eine Minute. Wie gut. Ja. Ich renne mal zu dir. Es ist wirklich zu wissen. Zu dir, vielleicht. Du hast weniger wieder die Border, gell? Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, warte. Ja. 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 Ja.